Ernsthaft, unten links hat man ja auch unsere Porträtbilder, guck mal alles ab. Ja, bei den Flüchtlingen würde ich auch nicht beliebt sein. Dann gehen wir in die Stadt. Bege für Essen, wie die anderen machen. Komm schon, alle! Geh auf deine Dinge! Ich kann auch noch meine Waffe ziehen, komm schießen. Okay, wir töten sie. Nein, nicht. Rüppel! Lass, lass, lass. Sorry, aber wenn die Ahrens einen Schlag kriegen, auch ist es praktisch vorbei. Alter, ich fühl mich wie in Syrien. Was war das für ein BUFF, Alter? Rüppel-Modus. Weil du Multicare gemacht hast, 8% Spur. Rüppel! Entsmaler sind meine Flüchtlinge. Rüppel-Modus, Alter. Alter, Alter! Nee, nehm' auf. Naja, jetzt, auf bin ich jetzt auf die Klasse, sie haben wir mit. Hahahaha So müde, anyways. Hör, Hör, Hör! Hör, Hör, Hör! Hör, Hör!